Jetzt noch kurz ein Klipsch aufrufen, um mich wieder aufzumuntern. Oh, das ist doch geil! Ist das wirklich? Wie bitte? Ist das wirklich ein Knipsch? Nö, nur am Ende. Ja, okay. Das ist toll jetzt. Hallo meine Schnitten und Schnittenen. Ich wollte eigentlich gerade was sagen, aber da komme ich nur dazwischen. Okay, willkommen zu einer weiteren Runde, vollgeist. Wieder nicht alleine, sondern heute mit dem Tobi, dem Speichellecker. Hat mich förmlich angefleht, als er das erste Video sah. Er hat mich angefleht, er sagte, bitte, bitte lass mich mitmachen. Ja, voll. Alter. Hat mich voll angefleht. Er lag auf den Knien und hat mir schon die Schuhe gepfiss. Hä? Mann, ne, nicht schon wieder das, Alter. Ich gebe dir einen Tipp. Auf den Kreise bleiben. Ach, wie? Ach, wie, ich ruf? Das ist nicht schwer, ehrlich gesagt. Es ist nicht schwer. Du musst einfach, ganz hinten ist noch so eine Lücke beim letzten Kreis, beim letzten Ding. Da musst du rüber hechten. Dann stehst du nämlich direkt wieder auf und stolperst mich. Ich hechte dich gleich, Alter. Wie? Warum verzichte ich aber mit Freude? Alter, jetzt hauen wir mich auch wieder um. Ach, komm, verpiss dich doch. Okay, ich bin vermutlich auch raus. Ich habe komplett verkackt gerade. Obwohl, ne, sieht noch gut aus. Nur die ganzen Lächste, glaube ich. Na, wie viele Spieler, 42, ja. Ach, okay, könnte klappen. Oh Mann, Verbindungsfehler. Ha, cool. Was, echt jetzt? Verbindungsabbruch. Ha, deine Verbindung, sonst einfach wurde gedreht. Na, das ist ja toll. Das Spiel, ach, das ist on point. Du weißt schon, dass die Server bei Dachsitzin momentan, oder? Ach, ich liebe das Spiel. Wollt ihr neu anfangen? Wollt ihr neu anfangen? Gott, verdammte Scheiße, Alter. Das Spiel hat einfach einen nötigen Sinn. Ja, ich glaube, wir fangen mal an. Okay, Tobi, hier ein Tipp. Lass dich mitschlagen. Weil so kannst du ganz weit nach vorne geschleudern, wenn du ein Glück hast. Ich hatte jetzt leider kein Glück gehabt. Autsch, das hast du auch nicht geklärt. Du kannst dich mit R2 auch an deiner Wand festhalten. Ah, das ist ja toll. Nein, das geht doch gar nicht. Okay, ich habe gerade eine Nachricht von einer App bekommen, wo ich nicht mal mehr wusste, dass ich die habe. Autsch. Das ist ja, weil... Das ist abtisch in der Mitte. Achso, in der Mitte würde ich dir auch empfehlen. Es ist zwar schwieriger, aber... Äh, wenn du durchkommst, dann... Spaß in der Weg. Oder so. Okay, ich muss mal rechte Klauseln, nur Klauseln. Ich sehe dich, ich bin hinter dir. Aua, aua. Dann stelle ich auf, stelle ich auf, du scheiß Taube. Ich habe den Checkpoint noch erwischt. Nein, warum wurde ich... Ich dachte, ich könnte es noch schaffen. Okay, dann nicht. Meiii... Besteht es bei dir gerade? Äh... Ja, es hat mich rübergeschlagen. Das Ding hat mich rübergeschlagen. Alter, wieso... Springt der nicht diese Drecks auf? Naja... Tobi, der bleibt hier. Warte, wenn du jetzt runterfliegst, ich will, ich finde deine Mutter. Ich finde den Schöpfer, dieses Spiel ist, Alter. Ich bin glücklich, ihn zu finden. Die Leute warten einfach vor deinem Ziel. Bist du drin? Ja. Watt! Das ist unerwartet. Ja, kein Vertrauen einfach. Das Ninja Outfit werde ich mir auch kaufen. Ich habe ja fast genug Gold-Cash. Ja, ich bin schon drin. Ich war unter den Top 10 oder Top 20. Genau wies ich es nicht. Von mir, es gibt ja auch Leute, die halten dich einfach vor dem Ziel ab. Die halten dich so lange hin, dass du überhaupt nicht ins Ziel kannst. Ja, Schwänze jagen. Das ist das einzige gute... Das ist der einzig gute Modus, der ich mal habe. Naja, hast du schon Erfahrung damit, Schwänze zu fangen, ne? Ja. Hey, ich habe einen Pimmel. Komm mit, komm mit. Ich schicke, ich schicke, Moment. Alter, der hat mir gerade einen geklaut. Noch nicht geweckt. Gib mir da einen. Ich habe da einen von mir da an. Der macht mich beinahe mehr. Junge, der klappt in meinen Pimmel. Das war ein Auswechslungskommando, Alter. Weggeben. Ja. Komm, ich gebe. Ah. Also, ich bin hier in meiner Lieblingsecke. Kommst du hoch zu mir? Hinter Hammer. Was? Ne, ich bin rot. Ich bin rot. Ja. Dann bist du dich nicht. Ah, scheiße. Nein, da hat mir Schwanz getrunken. Er kann denken. Der Gelbe kann denken. Mein Schwanz wieder. Ich muss mir einen Pimmel klauen. Kannst du mir helfen? Ich muss mir einen Tunnel selbst behalten. Okay. Schön, schön, viel Glück. Oh, geh weg. Ich will meinen Pimmel behalten. Oh. Ich hab einen. Ich hab einen. Nein. Nein. Keiner kriegt mich. Ich hab den dicksten. Nein, oh. Jetzt schaffst du, dann schaffst du. Wie du hinterher rennst. Bleib stehen. Nein. Der Grüne konnte denken. Im Spiel kann keiner denken. Stimmt. Es gibt Kinder, die Physik nicht... Alter. Gebt mir mein Pimmel wieder. Nein. Gar nichts mehr. Wir haben es geschafft. Ja, ich bin auch. Nichts. Alter, zwei Teams hatten vier. Eins hatte sieben und eins hatte eins. Ist doch nichts. Ich fühl's voll. Bitte kein Team spiel. Bitte kein Team spiel. Oh, zum Glück. Das ist direkt vor allem so schwer, eigentlich. Ne. Halt dich an mich, Alter. Ich bleib immer auf der Stelle stehen und hüpfe einfach. Es gibt aber Leute, die dich runterschubben. Ja, aber irgendwie bisher hatte ich nicht so das Vergnühen damit. Ich seh mich. Ich bin direkt unter so einem rosamen Teil. Glaube. Ja. Okay, das Grüne kommt in die Richtung. Ich seh dich. Kommst du her? Ja, hier komm. Bleib mal hier stehen. Einfach. Bleib mal einfach stehen. Oh, warte. Hier ein bisschen bewegen, damit das Pinke einen nicht erwischt. Wegrennen bringt nichts in mir bringen. Wegrennen? Ja, gut. Auf Zurennen ist cleverer. Aber ich bleib einfach stehen. Nein, lass mich in Ruhe, du Fixer. Hilfe. Der grabscht mich. Ein Grabscher, ein paar Märs legen. Nein. Ich hab dich vorbeifliegen sehen. Mann, drauf zu rennen, der voll die Behinderung. Manche Spieler sind echt gemein. Habt ihr doch schon angeboten, einfach meine Taktik zu machen, oder? Das ist drauf zu rennen, deine Taktik. Nein. Aber stimmt's nicht. Au, au, au. Nein, 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 nein. Scheiße. Ähm. Bisschen peinlich jetzt, ne? Fuck you. Nein. Bitte nicht. Ich will nicht fliegen. Ich aber. Nein. Lass mich fliegen. Okay, mehr davon bist du. Ach, der unter mir wahrscheinlich gewesen ist, ne? Okay, warte, pass wenigstens noch auf. Eine Sache will ich dir noch zeigen. Okay, warte, wo haben wir das? Ah. Ah. Ich bin ein Ninja. Ich hatte endlich genug Geld. Das ist alles mit der anderen Seite. Ja, es gibt noch einen Unterteil dazu. Das sieht wahrscheinlich dann besser aus. Aber in sich finde ich das ganz geil. Wenn das noch in schwarz wäre, wäre das noch geiler einfach. Geh, geht einfach. Ciao. Ohne sich zu verabschieden ist er young. Ohne Worte. Ab auf. Gib ihn schlechst und du wärst das spiel. Du lächst das spiel? Ist doch das Apex? Nee, Apex hab ich nicht. Apex, nee. Achso, ich hab die Aufnahme noch ganz wendet. Moment. Komplett verteilt. Gut. Noch irgendwelche aufmunternden Abschiedsworte? Schau ihr Schnitten, mach bitte niemand. Schau ihr Schnitten, ruft mich an. Unter der Nummer 0664, ja fickt dich ins Knie. 0123, 4x6, 5x5. Das klingt halt irgendwie wie so eine Telefonnummer von der Teleshopping-Werbung. Wir hören wieder schon wieder gehören. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschau.